willkommen zurück zu einer weiter runde von legion ich bleibe einfach mal weiter beim champion der hat sich gut bewährt würde ich sagen gerade bei ihm ist es natürlich geil so wir gucken mal sind da ordentlich tanks sind da lassen wir so für zauber schutz enge kredite investieren ich brauche ihn einfach hin machen sofort zum champion da habe ich schon mal dicken start und dann davor einfach ein haufen text hinhauen das wird wahrscheinlich die runde so passieren denn der kann mit ordentlichen text wieder angreifen so kommen dann noch für den bisschen magischen schaden am ende des tages und ansonsten bananenbaums fett golem vögel schleimer alles top geh los so ich schicke also auf so einen eidbrecher und der andere kollege hat ein blümchen da kräfte ich mit dem sorg an der ist aber nicht mal verbessert ok so jetzt ist die frage paar kollequappen hinsetzen hier werde ich wahrscheinlich so eine tank line machen das heißt zwei koppen hin um die da noch ein bisschen zu verbessern ja so wird es sein zwei schnecken da kommt sofort ein neuer worker dazu jetzt habe ich natürlich nicht genug um die kaulquappen aufzuwerten aber da sind erstmal welche da und darauf kommt es an hat auch kaulquappen gebaut kaulquappen und seepferdchen ok und ein archer schwierige kiste was könnte man denn da schicken macht es natürlich auch magie waves am meisten sinn die schaden ist ordentlich da auf preis schaden nicht so sehr schicke ich auch da sechs mal was und sammeln so lange das könnte ich probieren naja archer so damit wir so ein bisschen aufteilen klar auf der sieben schicken nach der sieben macht es am meisten sinn so können wir gleich noch einen rocker dazu holen oder ich könnte jetzt auch einen drachen mit schicken ich probiere es mit dem drachen auch damit ich ein bisschen einkommen noch dazu generiere daran muss man ja auch so ein bisschen denken nicht wahr ich denke mir dazu ich denke mir dazu ich habe dich zu den tanks umgewandelt ja der drache war nicht schlecht aber das hat leider nicht gereicht so die waren sich einmal oben zu den tanks macht ja am meisten sinn schleim frau ja mehr kann ich jetzt nicht dann werde ich wahrscheinlich nächste runde bisschen frontline mit dazu schicken das werde ich tun ja die kaukratten gar nicht zu den ferncampern gemacht sondern der bleibt bei den tanks er bleibt bei den tanks das noch eine turtle krieg ich zusammen oder ich schicke noch eine echte mit um so ein bisschen den stich schaden noch zu machen ich glaube einfach nur noch als frontline gegen den magischen schaden ja noch eine turtle geschickt ja sieht gar nicht schlecht aus ein arscher aufgewertet aber ich komme durch sehr schön sehr schön so wird es werden schicke ich wahrscheinlich einen drachen mit rein 140 und damit habe ich jetzt nicht gerechnet weil letzte runde 40 rum gekommen ist das sieht gut aus das sieht gut aus könnte ich sogar noch einen holen drachen mit dazu drachen mit dazu das haut hin die muss ich dann nur nächste runde wieder tauschen 60 krieg ich noch zusammen schicke ich noch so einen mit ja sollte reichen die sitzen nicht auf doch ich kann kein problem haben ja der aber ganz gut gehalten drüben da müssen wir uns was überlegen ich habe jetzt einen dachs vorne hingestellt deswegen hat er gehalten da kann man eigentlich mitmachen ich werde die aufgewertet die tanks halten das schon aus und ich glaube ich werde jetzt einfach ein bisschen den könig auf und warte noch ein bisschen ab dass ich dann auf die 14 15 irgendwie komme rechts muss ich noch ein bisschen verstärken ein paar vögel hinsetzen noch das sieht nicht gut aus da fehlt mir doch der magische schaden da habe ich zu wenig holy shit nehmen wir den mit rein den können wir rausnehmen stattdessen noch stichfernkämpfer vielleicht nicht aber die katze die katze ich glaube die handcapper sind nicht schlecht gerade da ich so viele tanks dann habe so du mit rein dann noch ein vögelchen hin ja ich zwar schnell weg aber das ist halb so wild das war gut abgewehrt das sollte so ein bisschen aufgewertet wenn ich bombentanks habe also das war ich ruf noch hingestellt hat sehr viel magischen schaden ist wenn ich nächste runde was reinschicken könnte ich gut durchkommen Ah, da hat er wieder ordentlich geschickt. 300. Der hat übelst viele Wirker gebaut auf einmal. Ja, meine Tanks halten noch ganz gut. Ah, ich werde ein bisschen was durchlassen wahrscheinlich. Ja, einer kommt durch. So, dann muss ich jetzt noch ein bisschen Stichschaden mit reinschicken. Das ist wichtig. Was kriegen wir denn für 100? Nicht viel. Leider nicht viel. Da bleibt uns leider nicht so viel Auswahl. Das sieht gut aus. Da hat es noch Zeus hingestellt. Ja, wenigstens kleiner Erfolg. Bisschen Shutdown Geld kann ich gut gebrauchen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufbauen hier. Damit ich auch die Welle totkriege. Hier machen wir wirklich tot ist einfach am meisten Sinn. Mit ihrer Account Verteidigung. Dinos war jetzt hier sinnlos, weil die natürliche Verteidigung machen, die in Schatten sind die sofort weg. Möglichst viel kann ich sowieso noch nicht schicken. Irgendwie fehlt es mir an Workon. Ja, sieht nicht schlecht aus. Es gibt nur noch der Große, aber der kommt bestimmt durch. Auch wenn es gerade so ist. Ja. Sehr gut, endlich mal durchgekommen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen ja aufbauen. Bananenbaum hochquetsch. Und ihn hochquetsch. Und dann sollte ich theoretisch die Runde überstehen. Ich hoffe es. Ah, so viel Stich hat er gar nicht. Ich schicke mal nicht mehr. Nächste Runde zu schicken ist irgendwie sinnvoller. Kann Verteidigung ist immer sehr gut. Holy shit. Immer noch nichts. Ach du Kacke. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich meine, wir sind jetzt durchgekommen. Aber die haben jetzt übelst viel gesammelt. Ach du Scheiße. Okay. Er wird wahrscheinlich Voreis schicken. Da bin ich fest von überzeugt. Müssen wir unsere Tanks noch ein bisschen aufbauen. Das gefällt mir nicht. 960. Holy shit. Wir haben jetzt gesammelt vier Runden. Voreis war dabei. Ich hab's gewusst. Mein Kollege hat schon verkackt. Mir kommen sie auch durch. Aber ich hab ganz gut ganz gut noch abgewehrt. Wir haben den König maximal verbessert und die nicht. Das heißt, die können die verkacken. Sieg. Die haben verkackt, weil sie mega lang gesammelt haben. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich hab kaum Worker gehabt, aber ich musste auch mega abwehren. Holy shit. Ja, sie sind wesentlich zu weit unten gewesen. Ja, das war's mit der weiteren Runde Nischen. Schaut euch gerne noch die anderen Videos an. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.